Damals und heute Moin, ich bin Felix von Damals und Heute und ich bin heute in Neapel auf dem Piazza del Mercato. Auf diesem nicht sehr schönen Platz wurde im Jahr 1268 der letzte Erbe der Hohen Staufen. Der ist 16-jährige Konradin, hingerichtet. Wie es dazu kam, könnt ihr in unserer Folge über die Schlacht von Taya Kotz gehören. Ich melde mich gleich wieder bei euch von einer Kirche, mein Paginium von mir.